Bitte begrüßen Sie Thorsten Sträter. Ja, danke. Ja. So, Ernsthaftigkeit. Folgendes. Ich möchte heute eine Geschichte erzählen und die ist ausnahmsweise mal wahr. In der Regel lüge ich mir was in die Tasche, aber diesmal nicht. Ich habe ein Buch geschrieben, eigentlich zwei spielen keine Rolle. Und bei dem ersten Buch war es, ich habe es abgeliefert beim Verlag. Der wollte das haben, das Manuskript. Und dann meldeten sie sich nach einigen Wochen und sagten sie mir, wir brauchen jetzt sofort einen aussagekräftigen Lebenslauf von Ihnen. Und da habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Ich habe in dem Sinne keinen Lebenslauf. Und dann ging da ein Streit hin und her, das ging über zig Mails, bis die mir zum Schluss richtig massiv drohten vom Verlag. Das war mein Lektor damals, Oliver heißt der. Der mir gesagt hat, ich kriege jetzt sofort einen aussagekräftigen Lebenslauf, also eine Vita, andernfalls kommt das Buch nicht. Ich schickte ihm wirklich das hier. Lieber Oliver, meine Vita, meine Kindheit war kein Zuckerschlecken. Bis zu meinem 18. Lebensjahr war mein Name nicht Thorsten, sondern Ragnaröck. Denn mein Vater war Wikinger. Meine Mutter lernte ihn im Freibad des damals noch völlig zerbombten Leverkusen kennen. Er verkaufte dort bei 30 Grad im Schatten siedende Ochsenschwanzsuppe. Oft hatten wir nicht mehr als drei Reichsmark im Monat zur Verfügung und davon mussten Feuerholz, Pay-TV, Brause, Yachtwurst, Tabletten, Wasser, Erde, Feuer und Luft bezahlt werden. Denn auch die Elemente schlugen damals richtig zu Buche, weswegen jeder Bürger so ein Sauerstofftaxameter trug, in das beim Atmen Münzgeld eingeworfen werden konnte. Mein Bruder wünschte sich immer einen Nintendo DS. Selbst dann noch, als er im Vorstand von Vodafone war, aber Geld war knapp. Und so kam er häufig frühmorgens verschwitzt heim, weil er wieder mal nachts auf der A43 mit einer Schubkarre voller Ziegelsteine Tetris gespielt hatte. Irgendwann wünschte sich mein Bruder ein Haustier. So ein Tier galt für meinen Vater als männlich. Er lehnte alles Weibische ab, also zum Beispiel genähte Kleidung oder Trinkwasser. Unsere Klamotten mussten stets aus Dingen gefertigt werden, die ohnehin im Haus waren. Und als wir einmal in der Klassenlotterie zwei Kanister Eiersalat gewannen, hatte ich die dunkelste Zeit meines Lebens. Mein Bruder bekam einen jungen Ochs und von da an wurden die Schallplatten meiner Oma von einem immerwährenden, nassen Schnauben übertönt. So lebten wir zusammen. Meine Eltern, meine Bruder, Opa, Oma und dieser entstellte Mönch, von dem alle lange dachten, er wäre ein Kriegskamerad meines Vaters. Bis die nach Jahren sagte, kenne ich nicht den Typ. Der entstellte Mönch erwiderte daraufhin, er sei der entstellte Mönch. Mutter nickte. Er durfte bleiben. Der Ochse wuchs heran und wurde seinem prachtvollen Hausgefährten. Zwar war durch ihn der Raum beengt, manchmal wachte ich mit meinen Füßen in seinem Arsch auf, aber er war treu wie Gold. Irgendwann jedoch starb er und mein Vater rief, Ragnarök, du bekommst nun deine eigenen Hörner. Das Maß, erkannte ich, war voll und so lief ich fort. Ich schrieb mich unter falschem Namen beim Gymnasium im Nachbarort ein, aber bis zum Pausengong um halb zehn stand fest, ich würde es nicht packen. Dann sofort Sonderschule. Allerdings wurde auch da ziemlich komplexer Kram gefahren. Das war nicht meine Welt. Ich wechselte erneut, diesmal aufs Institut für Sonderschulausschussmasse. Meine Klassenkameraden bestanden alle aus Hack. Die Einrichtung war für Eltern, die keine Kinder bekommen konnten, aber trotzdem irgendwas zur Schule schicken wollten. Jeden Morgen trottete ich so zur Schule, neben mir glückliche Mütter mit Taschen voller Mett. Schnell wurde ich zum Klassenbesten. Speziell in Sport und Religion war mit den Kübeln voller Hack kein Start zu machen. Aber gute Kameraden waren sie doch. Ich wohnte damals bei einem Mann, der einen Euroshop betrieb. Er wies mir einen Schlafplatz neben den blinkenden Hello Kitty-Diaphragmen zu. Um dies abzuzahlen, setzte er mich zum Schreddern alter Lieferscheine ein. Ein schöner Job, obwohl mir morgens oft der Mund wehtat. In der Fußgängerzone traf ich nach fünf Jahren meine Eltern wieder. Mein Vater rief, schau an, der feine Herr, eine Hose sind wir etwas Besseres. Aber dann vertrugen wir uns doch. Der entstellte Mönch klopfte mir auf die Schulter und meinte, er sei... Der entstellte Mönch. Alle nicken. Ende. Unter dem Text schrieb ich dann meine E-Mail. Lieber Oliver, hier meine Vita. Das ist alles wahr. Druck das so. Tschüss. Thorsten. Original Antwort des Verlegers. Lieber Thorsten, das ist zu lang. Bitte kürzen, Oliver. Tschüss. Kürzen, Oliver.